Und ohne Co-Moderatorin Let's Play Ella, die, so muss ich euch heute leider mitteilen, ist am heutigen Tag verstorben. Ja, deshalb ist es jetzt hier ruhig bei mir, in meinem Zimmer kein Klappern, kein Rasche mehr genießt, das kleine Bistro. Ja, das ist jetzt hier ruhig bei mir. Nein, Ella, das ist nicht für dich, nee, das ist Schokolade, das tut dir nicht gut, nein, Ella, nein. Ja, das ist Schokolade. Ja, das ist Schokolade. Ja, das ist Schokolade. Okay, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020